moin moin und herzlich willkommen bei meinem neuen video ja heute möchte ich mit euch in die lübecker bucht reinfliegen wir sind auf einer höhe von 21.000 fuß und fliegen so mal bis nach lübeck hin ja würde mich freuen wenn ihr ein abo da lässt oder das video liked wir sind eben schon mal reingesprungen dass mein setup hier ich habe hier in 4k fernseher vor mir und zwei monitore damit ich die karten darstellen kann dazu habe ich hier mit dem ich das flugzeug steuern kann sowie links den schubregler und die trimmung damit ich das flugzeug ausbalancieren kann ja hier ist die karte und auf pause gemacht und ich meine wir können jetzt losfliegen ja rechts seht ihr fehmarn links ist kühlungsbohren und geradezu ist die lübecker bucht in der wir jetzt hineinfliegen ja hier ungefähr 21.000 fuß das sind prima daumen 6000 meter die wir an höhe haben und eine geschwindigkeit von 350 knoten das sind ungefähr 700 km h ja links geht es nach wismar rhein und rechts ist großen bode wenn ich mich nicht irre bisschen sieht man noch von heiligen hafen auf der rechten seite hinter dem glas war da ja da wir zwei karten zur flug haben kann ich jetzt in die eine ein bisschen rein so damit wir genau erkennen wo wir sind das mache ich bei der anderen karte auch noch mal das besser nachverfolgen links ist die wismarer bucht rechte seite müsste jetzt grömitz und so weiter kommen und dahinter neustadt in holstein auf der linken seite sehen wir jetzt den strand von boltenhagen ja die wetterbedingung habe ich eingestellt auf anfang juni 2020 uhr zeit glaube ich so um 9 oder 10 uhr ortszeit so dass wir die sonne im hintergrund haben müssten rechts müsste jetzt grömitz sein man sieht ein bisschen den jachthafen dazu noch und links kommt jetzt trawmünde ins blickfeld und sieht den prival und die trabe hoch dann den das hoher see rechte seite ist neustadt in holstein und die weg kommt auch ein bisschen ja jetzt rechts neustadt in holstein sierksdorf hafkrug schabboiz tim noch am strand an der linken spiegel an der linken flügelspitze wollte ich sagen ist trawmünde zu schnell über 500 knoten über grund deshalb meckert er jetzt unten am flügel sieht man jetzt nie noch den hafen und linke seite ist jetzt die trabe kündigt sehen wir da schlutob die teer aufs insel die linie die sich da schlängelt ist die a1 von rechts kommt die von trawmünde teer aufs insel lübecker hafen und wir sehen auch die lübecker altstadt schon die wagnitz den elbe lübeck kanal lübecker autobahn kreuz mit der a20 die von links nach rechts geht links geht es nach wismar rechts nach segeberg hoch ja wir sind 24.000 fuß hoch 350 knoten also 700 km h ja kleiner kurzer flug sechs minuten 30 ich hoffe es hat euch gefallen wir sehen hier unsere flugbahn ja würde freuen wenn ihr meinen kanal abonniert und die nächsten videos auch noch mit anschaut ich habe noch einiges vor danke und tschau tschau ja